Hallo Kinder, ich bin der Osterhase. Bald ist Ostern, ich verstecke Ostereier. Die Osterhameier haben viele Farben. Welche Farbe hat das Osterei? Welche Farbe ist das? Welche Farbe ist das? Das ist ein gelbes Osterei. Richtig Kinder. Welche Farbe hat das Osterei? Grün. Richtig, prima. Das ist ein grünes Osterei. Und welche Farbe hat das Osterei? Blau. Richtig Kinder, das macht ihr super. Das ist ein blaues Osterei. Und welche Farbe hat das Osterei? Rot. Richtig, das ist ein rotes Osterei. Und wo verstecke ich die Osterei? Könnt ihr mir helfen, Kinder? Wo verstecke ich das rote Osterei? Rote Osterei. Rote Osterei. Im Baum? Und das grüne Osterei? Aber es gibt schon ein Osterei unter dem Baum. Ich verstecke es hier. Und das gelbe Osterei? Hier oben? Nein! That's cool. Tschüss Kinder! Und frohe Ostern! Tschüss! Heute ist Ostern. Könnt ihr mich hören? Ihr müsst ein bisschen leise sein. Heute ist Ostern. Ich möchte ganz viele Ostereier und Schokolade essen. Aber zuerst muss ich die Ostereier suchen. Ich hole meinen Korb, damit ich die Eier in meinen Korb legen kann. Wo soll ich die Ostereier suchen? Unter dem Baum. Oh, unter dem Baum ist ein Osterei. Ich habe einen. Welche Farbe hat dieses Osterei? Welche Farbe? Oh! Kinder, ihr müsst ein bisschen leise sein. Oh! 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 Ein rotes Osterei. Ich lege das erste Ei in meinen Korb. Wo ist noch ein Ei? Oh! Auf dem Baum ist ein Ei. Welche Farbe hat dieses Ei? Welche Farbe hat das Osterei? Blau! Mein blaues Osterei. Ich lege mein zweites Osterei in meinen Kopf. Arriba! Jetzt ziehen die kleine Eier mit. Arriba! No, no, no! Abasso! Abasso! In der Oma ist noch ein Eis in Zepfen. Eins, zwei, drei. Juhu, mein Osterei. Welche Farbe hat mein Osterei? Welche Farbe hat das Ei? Tengo siete Anja, bitte. Wie ist die Farbe das Ei? Ja, ich lege mein Geld. Ja, ich lege mein Geld. Das ist Osterei in meinem Kopf. Jetzt habe ich schon. Kinder? Eins, zwei, drei Ostereier. Hörbieren. Hier oben ist noch eins. Dankeschön. Welche Farbe hat dieses Osterei? Grün. Wie viele Eier haben wir jetzt? Ein grünes, ein gelbes, ein rotes und ein blaues. Das sind vier Ostereier. So, liebe Kinder, jetzt gehe ich nach Hause und esse alle meine vier Ostereier mit meiner Schwester und meinem Bruder. So, und meiner Mama und meinem Papa. Tschüss, frohe Ostereier. Tschüss, 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 tschüss. Guten Tag, guten Tag, tschüss, 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 tschüss.